Frühstück und Brunchpens aufgepasst! Mit der Ifodor Keramikschale könnt ihr eure Müsli-Schale mit euren eigenen Fotos bedrucken und ganz individuell gestalten. Die Fotoschüssel aus Keramik ist Spülmaschinen geeignet und vielzeitig einsetzbar. Die Keramikschale ist auf zwei Seiten bedruckbar und kann mit einem oder mehreren Fotos sowie Text gestaltet werden. Das Füllvolumen beträgt 443 ml. Gestaltet eure Keramikschale mit einem passenden Motiv, zum Beispiel als Müsli-Schale, für kleine Snacks, als individuelle Schlüsselschale oder auch als personalisierte Futterschale für das Haustier. Auch als Überraschung zum Beispiel für das Patenkind oder die Grosseltern kommt die Fotoschüssel immer gut an und ist ein Unikat. Gefüllt mit einer Süßigkeit stellt sie eine kreative Geschenksidee dar. Bei jeder Verwendung sorgt die Schale für gute Laune. Wetten? Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF für funk, 2017